Grafikkarten, smarte Schlösser und digitale Spiegel Willkommen beim golem.de Wochenrückblick, mein Name ist Marc Sauter. AMD hatte mit der Radeon RX 480 vorgelegt, Nvidia zieht mit der GeForce GTX 1060 nach. Wir haben die Spieler-Grafikkarte getestet. Für 300 Euro liefert Nvidias neuer Pixelbeschleuniger zwar ein bisschen mehr Leistung als die Radeon-Konkurrenz, spürbar ist das aber nicht. Die Founders Edition der GeForce GTX 1060 benötigt allerdings deutlich weniger Energie als die Radeon und der Lüfter rauscht etwas weniger. Wir raten zu einem Custom-Design, denn sie sind noch flotter und noch leiser. Das Smart Lock von Nuki ist einfach zu installieren und zu bedienen. Bei der Nutzerverwaltung muss der Hersteller aber noch ein bisschen nachbessern. Der Besitzer wird vor der Vergabe von Gastzugängen nicht aufgefordert, den Administrationsbereich mit einer PIN zu schützen. Dann können andere Nutzer ihn aussperren oder sogar löschen. Auf der Hardware-Seite hat uns Nuki hingegen im Test überzeugt. Einfacher lässt sich ein Smart Lock kaum installieren. Ein digitaler Spiegel zeigt das eigene Bild und nützliche Informationen. Eine clevere Idee. Doch der DIRROR setzt sie nicht besonders gut um. DIRROR ist im Grunde ein hochkant an die Wand gehängtes Windows-Tablet mit stark spiegelndem Display, erweitert durch einen schicken Holzrahmen. Als echter Spiegel ist das Gerät schlecht zu gebrauchen. Als Tablet ist es nicht besser als andere, dafür ist es weniger mobil und teurer. Bei Preisen von über 1000 Euro für die großen Modelle ist es fraglich, ob das Konzept sich durchsetzen wird. Uns hat es nicht überzeugt. Gute Fitness-Tracker können auch günstig sein. Das hat diese Woche unser Hands-On des Mi Band 2 von Xiaomi gezeigt. Das Wearable verfügt über einen guten Schrittzähler, außerdem kann es die Herzfrequenz messen. Mit einer Zusatz-App lässt sich das Gerät dann sogar beim Laufen oder Joggen zusammen mit dem Smartphone verwenden. Auch sonst hat das Band seine Stärken. Der Akku hält bis zu 20 Tage und die Haptik und allgemeine Anmutung wirken hochwertig. Ab-in-den-urlaub.de ist pleite. Die Leipziger Firma Unista hat nach dem Flugzeugabsturz ihres Gründers Thomas Wagner Insolvenz angemeldet. Rund 14.000 Kunden, die Reisegutscheine unter Marken wie ab-in-den-urlaub-deals.de erworben haben, bekommen Probleme. Vodafone hat die deutschlandweit ersten beiden LTE-Stationen in Betrieb genommen, die eine Datenrate von bis zu 375 Mbit pro Sekunde ermöglichen. Golem.de war dabei. Zum Einsatz kommt die Mobilfunktechnologie 4,5G. Bis zur Weihnachtszeit soll dann 1 Gigabit pro Sekunde übertroffen und das volle Potenzial von 4,5G erreicht werden. Elon Musk hat einen neuen Masterplan für sein Unternehmen vorgestellt, das von Tesla Motors in Tesla umbenannt wird. Es wird den Solarzellenhersteller SolarCity übernehmen und künftig Stromspeicher mit Stromerzeugern verkaufen. Tesla möchte auch weiterhin Elektroautos bauen und will zukünftig Busse und Lastwagen produzieren. Apple hat in dieser Woche vier Updates für seine Betriebssysteme veröffentlicht, die Fehler korrigieren sollen. Aktualisiert wurden iOS für iPhones, OSX für Mac-Systeme, das Betriebssystem der Apple Watch und das des aktuellen Apple TV-Modells. Google will das Surfverhalten von Nutzern des Chrome-Browsers für personalisierte Werbung verwenden. Die Datenauswertung erfolgt laut Google als Opt-in, die Anwender müssen also explizit zustimmen. Generell gilt die Änderung nur für Nutzer, die Chrome mit eingeloggtem Google-Account verwenden. Ein neuer, besonders einfacher Energiespeicher kommt aus Norwegen. Mit überschüssiger Energie wird ein spezieller Beton aufgeheizt, der am Tag nur 1% der Wärme verliert. Zwar lässt sich davon nur ein Teil wieder in Strom umwandeln, aber besser als die Energie gar nicht zu nutzen, ist es allemal. 10 TB Festplatten werden besser verfügbar. Seagate hat neue Modelle für Heimanwender, NAS-Systeme und Videoüberwachung vorgestellt. Von Western Digital kommt ein 10 TB Modell namens G-Drive, das über einen Thunderbolt und USB 3.0 Anschluss verfügt. Das war's vom golem.de-Wochenrückblick. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017